Und wir sind Gott dankbar, dass wir die Treue Gottes hier in Person erleben dürfen. Gott hat unseren Bruder, unseren Freund und einen Kämpfer des Glaubens hindurchgetragen, all die Jahre, 14 Jahre im Gefängnis und jetzt in der freien Welt. Wo er reist und hinkommt, verkündigt er, dass Gott treu ist. Gott ist treu zu seinem Volk, hat die Gebete der Heiligen erhört. Und hier in Berlin fiel die Mauer, die Grenzen öffneten sich und die Dinge haben sich über Nacht in unserem Volk verändert. Gott ist treu. Das Thema der Vortragsreihe ist, wie soll es weitergehen? Das ist die große Frage hier. Und Richard Wurmbrandt hat für uns Christen im Westen eine Botschaft. Und auf diese Botschaft möchten wir heute Abend hören. Vielleicht ist der eine oder andere da und denkt, warum steht er nicht als Pastor und predigt im Stehen das Wort Gottes. Ich möchte vielleicht eines sagen, seine Füße sind durch Elektroschocks so misshandelt, dass er kaum stehen kann. Und wir sind Gott dankbar, dass er trotzdem predigt. Dass das Körperliche nicht ein Handicap ist, ein Hindernis, dass man Gott nicht verkündigt und nicht von der Treue Gottes redet. Es gibt keinen Grund und keine Ursache zu schweigen, selbst wenn der Körper kaum mehr noch mitmacht. Gott ist treu und seine Treue muss gerühmt werden. Und nun möchte ich den Gottesdienst Pastor Richard übergeben. Gott möchte dich segnen. Ich schaue immer genau auf meine Uhr, bevor ich zu predigen anfange, um sicher zu sein, dass ich nicht zu kurz predige. Liebe Brüder und Schwestern, vor allem bitte ich Sie, mit mir Nachsicht zu haben. Vor kurzem hatte ich einen Gehirnschlag. Und erst sie sagten mir, sie sind 84 Jahre alt, sie hatten einen Schlag, das ist kein Witz. Jetzt ist ihre Tätigkeit als Prediger beendet. Sie dürfen nicht mehr herumfahren und sie dürfen nicht mehr predigen. Ich habe den Ärzten geantwortet, als ich im rumänischen Gefängnis war. Und dann bekam man manchmal, wenn die Wächter dich packten, dass du dort predigtest, 25 Schläge. Und wir haben doch gepredigt. Für einen einzigen Schlag kann ich das Predigen nicht aufgeben. Und habe weiter gepredigt. Noch 18 predigten. Und dann brach ich ganz zusammen. Vor ungefähr sechs Wochen konnte ich weder Arme noch Beine rühren. Ich konnte mich im Bett nicht umdrehen. Man erwartete mein Ende. Und da bekam ich einen Telefonanruf von Bukarest, von Rumänien, meinem Heimatland. Sie sind eingeladen in Bukarest, im Gefängnis Gelava. Im selben Gefängnis, wo Sie eingesperrt waren. Und Ihre Frau auch. In diesem Gefängnis sollen Sie jetzt vor den Kommunisten predigen, die eingesperrt sind. Vor Ihren ehemaligen Folterern. Aber wir haben gehört, dass Sie schwer krank sind und müssen daher darauf verzichten. Ich habe geantwortet, Sie sind falsch informiert. Ich war schwer krank, bis ich diesen Telefonanruf bekommen habe. Jetzt gebe ich die Krankheit auf. Zu diesen verhafteten Kommunisten zu predigen, ist viel wichtiger, als im Bett zu sichern. Ich komme. Und ich bin gekommen. Habe gepredigt. Aber natürlich bin ich schwach und kann vielleicht physisch nicht mehr so predigen, wie einmal dazumal, als ich jünger war und gesund. Haben Sie bitte Nachsicht mit mir. Ich konnte der Gesundheit wegen nicht verzichten, in Deutschland zu predigen, weil ich den Deutschen viel schulde. Ich selbst bin Jude. Meine liebe Frau, die ich Ihnen auch jetzt vorstellen werde, ist auch Jüdin. Und wir wurden in der Hitlerzeit, als es eine solche große Kluft zwischen Deutschen und Juden gab, von Deutschen zum Glauben gebracht. Es gab Deutsche, die damals keine solchen Unterschiede machten. Jeder ist eine von Gott geliebte Seele. Und die haben mich zum Glauben gebracht. Ich war ein Atheist gewesen. Und dann in jener schweren Zeit, als es den Juden schlecht ging, haben Deutsche ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um mein Leben und das Leben anderer Juden zu retten. Dann kam es wieder anders, als die Russen in Rumänien eindrangen. Dann waren die Deutschen vogelfrei. Und dann haben die jüdischen Brüder im Glauben die Deutschen versteckt und ihnen geholfen. Wir sind einander sehr verbunden. Und trotz Krankheit und Schwäche wollte ich zu ihnen sprechen. Aber seien Sie mir gegenüber nachsichtig. Wenn man krank ist und 84, kann man nicht mehr so predigen wie früher. Leider kann ich nicht stehen, infolge aller dieser Gefängnisjahre. Es ist mir schwer, sogar Schuhe zu tragen. Der Herr hat einen Barfußenprediger vor Ihnen. Und jetzt, bevor ich zu Ihnen spreche, möchte ich etwas tun. Ich bin nicht der einzige Gefängnisvogel in diesem Raum. Es gibt vielleicht mehrere. Aber wir haben hier einen sehr schönen Gefängnisvogel. Das ist meine Frau Sabina. Die war im Gefängnis zur selben Zeit, als ich im Gefängnis war. Aber in einem anderen Gefängnis. Ich habe sie 14 Jahre lang niemals gesehen. Und jetzt möchte ich Ihnen meine Frau Sabina vorstellen. Wir sind seit 114 Jahren verheiratet. Leute glauben es mir gewöhnlich nicht. Aber wir sind seit 114 Jahren verheiratet. Ich 57, Sie 57. Macht zusammen 114. Nur hatten wir in unserer Ehe einen kleinen Urlaub von 14 Jahren. Wir sahen einander nicht. Jetzt sind wir glücklich, zusammen zu sein. Und auch zusammen für den Herrn arbeiten zu können. Und jetzt, bevor ich zu Ihnen spreche, will ich aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17 lesen. Die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosen Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wie soll es weitergehen? Ich glaube, dass nach der Einigung Deutschlands die Lage für viele, besonders im Osten, schwerer geworden sind als früher. Viele Hoffnungen haben sich als falsch erwiesen. Es geht schwer. Und man fragt sich, wie soll es weitergehen? Man soll die Stühle hinnehmen. Man soll nicht mehr hier stören. Man soll hier nicht mehr stören. Bitte soll jemand bei der Tür dort sein und dafür sorgen, dass diejenigen, die später kommen, hinten irgendwo sitzen, sonst werden wir fortwärm gestört. Nur Matutis. Kann dafür gesorgt werden, dass jemand dort hinten steht. Und in Spätkommand zeigt, wo sie sich hinsetzen sollen. Man fragt sich, wie es weitergehen soll. Wie ich Ihnen bereits sagte, war ich eingeladen, im Gefängnis zu predigen. Und man sagte mir, dass einige der Anwesenden zu 15 Jahren, 20 Jahren und sogar zu lebenslänglich verurteilt sind. Die Lage war für sie aussichtslos. Und ich sollte jetzt zu ihnen predigen. Ich habe damit angefangen, dass ich ihnen gesagt habe, der Titel meiner Predigt ist, wie kann man aus dem Gefängnis ausbrechen. Die Offiziere, die Wächter, die waren alarmiert. Wozu haben wir den hierher gerufen? Er soll die Gefangenen lehren, wie sie ausbrechen können. Wir brauchen eine solche Predigt nicht. Und ich sagte ihnen, als ein alter Gefangener, jeder Gefangene möchte loswerden, nicht mehr im Gefängnis sein. Aber die Tür ist mit Riegeln verschlossen. Am Fenster sind Gitter. Wie kann man aus dem Gefängnis hinaus? Horizontal gibt es keine Möglichkeit, hinaus zu kommen. Nach rechts, nach links, hinten, vorne, überall sind Hindernisse. Die starken Mauren und die verriegelten Türen und die Fenster mit Gittern. Aber es gibt eine Dimension, wohin wir uns retten können. Hinauf. Apostel Paulus war im Gefängnis und mit ihm viele andere. Und vom Gefängnis schreibt er, wir sitzen, erzähl uns doch nicht, wo du sitzt, ich weiß, wo du sitzt, du bist in einem Gefängnis und sitzt wahrscheinlich am kalten Zement, wie die anderen Gefangenen und tritt das. Nein, sagt er. Wir sitzen in himmlischen Plätzen. Also, ich soll ein Glas Wasser haben. Aber bitte ohne Eis. Also, ist es möglich, aus einem Gefängnis auszubrechen? Paulus und die anderen christlichen Gefangenen waren ausgebrochen. Nicht nach rechts, nicht nach links, sondern nach oben. Man kann in tiefem Leid sein, in Ketten und geschlagen. Dies alles betrifft aber nur den Körper. Der Körper ist nicht mein Ganzes. Ich habe auch eine Seele, ich habe einen Geist und der Geist kann vollkommen frei sein. während der Körper hier zu leiden hat. Wir haben das im Gefängnis selbst erlebt. gibt es einen anderen Stuhl, nicht einen anderen Stuhl. gibt es einen anderen Stuhl. Wir haben in unserer Gefangenschaft haben Gläubige im Gefängnis immer gesungen. Als ich nach Deutschland kam, fand ich eine besondere Art von Vögeln. Lärchen und Nachtigalle singen jeden Tag. Es gibt deutsche Christen, die nur einmal in der Woche singen. Ist das Singen von Hymnen gut, so sollen wir es jeden Tag tun. Und wenn es nicht gut ist, soll man am Sonntag auch nicht singen. Wir sangen jeden Tag und wir hatten musikalische Instrumente. Die Kommunisten waren sehr nett zu uns gewesen. Sie wussten, dass es uns lieb ist, Gott im Gesang zu loben und gaben jedem verhafteten Christen ein musikalisches Instrument. Wahrscheinlich kommt das in Deutschland nicht vor. Wir bekamen musikalische Instrumente, nicht Geigen und nicht Mandoline. Es wäre für die Kommunisten zu teuer gewesen. Aber sie gaben Ketten auf unsere Händen und auf unsere Füße und wir fanden, dass Ketten wunderbare musikalische Instrumente sind. Lobe den Herrn, klingklang, den Herrscher der Erde und des Himmels, klingklang, klingklang. Wir konnten ein Gesang nach dem anderen singen und mit der Musik von Ketten begleiten. Und man war dabei, froh. Das war aus unserer Erfahrung. Ich kann Ihnen aus einer schwereren Erfahrung erzählen. Der kommunistische Terror ist in dieser Seite der Welt jetzt verschwunden. Es gibt ihn noch in China und in Vietnam. Aber es gibt den muslimischen Terror. Die Muslims verfolgen die Christen viel schärfer, als die Kommunisten es je getan haben in Sudan in Saudi-Arabien. Ich war vor kurzem dort. In Saudi-Arabien wie auch in Sudan wenn ein Muslim Christ wird, wird ihm die rechte Hand abgehackt. In Sudan wurden Christen beide Arme abgehackt und diese abgehackten Arme wurden aus Strommelwirbeln von den Muslims gebraucht. und jetzt war ein junger Christ verurteilt, dass man ihm die rechte Hand abhacken soll. Was bedeutete, er wird für sein ganzes Leben ein Bettler bleiben. Diese Strafe wurde ausgeführt immer am Freitag, das ist der heilige Tag der Muslims, vor der Moschee, ein großer Platz. Dort waren hunderte versammelt, um mit anzuschauen. Und der Henker hatte bereits das Beil erhoben und er fragte den Verurteilten, es war ein vielleicht 18-jähriger Bursche, und er fragte ihn, hast du noch etwas zu sagen? Man gab dir immer eine Gelegenheit, dich vom christlichen Glauben loszusagen. Sagtest du dich los, gingst du frei nach Hause, wenn nicht, verlosst du deine Hand. Und dieser junge Christ antwortete, ich habe nicht etwas zu sagen, ich habe etwas zu singen, und sein Gesicht strahlte dabei. Dann waren die Muslime sehr froh. Dieser wird jetzt seinen Glauben verleugnen und wird etwas Schönes singen von der Moschee über Allah und über Mohammed. Und dann sagten sie ihm, bitte singe. Und hat angefangen. So nimm doch meine Hände und führe mich mit Händen oder ein Krippel du führe mich. Ich liebe dich, mein Heiland, so nimm doch meine Hand. Ich gebe sie dir gerne. Ich liebe dich. Man kann Leid so auf sich nehmen. Das geschah in rumänischen Gefängnissen. Das geschah im Laufe der 2000 Jahre Christentum, wo immer es Verfolgung gegeben hat. man muss sich nicht bedrücken lassen von dem, was rings um dich vorkommt. Wenn im früheren Ostdeutschland mal zu blinken die russische Gefahr mal zu rechten ein westliches Deutschland, in dem ganz andere Umstände sind, in dem man sich sehr schwer anpassen kann. Es gibt aber die Möglichkeit dich herauf zu schwingen über das, was jetzt gerade geschieht und im Geiste zu leben und sich am Leben mit Jesus und mit den Engeln zu erfreuen. Es gibt einen Heiland, es gibt einen Gott und es gibt Engel und diese Engel sind Realität für uns. In was heute Moldauische Republik genannt wird, das war ein Teil Rumäniens, Bessarabien, welchen die Sowjets gestohlen haben, dort war ein junger Christ gefangen, sein Name war Vanya Moiseev. Er war in der Armee Soldat, aber er verkündigte jedem das Wort, seinen Mitsoldaten und den Offizieren und er sang in der Kasarme das war natürlich verboten. Sie sagten ihm wieder und wieder höre auf damit. Sie schlugen ihn, sie bestraften ihn, er musste im Winter barfuß auf dem Eis stehen, sie folterten ihn sehr, aber während dieser Foltern gelang es ihm, einen kleinen Zettel an seine Mutter zu schreiben. Und er schrieb liebe Mutter, ich werde hier stark geplagt, wahrscheinlich werde ich daran sterben, aber du weine nicht. Er war jung, 20 Jahre alt, wenn man jung ist, glaubt man, dass man eine Mutter übertragen kann, nicht zu weinen, das kann man nicht übertragen, das gehört zu jeder Mutter, zu weinen. Er sagt ihr aber, Mutter, weine nicht, denn ich habe einen Engel gesehen. Und der Engel zeigte mir das himmlische Jerusalem. Es ist eine so schöne Stadt, Mutter. Ich bin froh, dort einzugehen und du auch dein Bestes hinzugelangen, dort werden wir uns wiedersehen. Jetzt schrieb er in diesem Brief, ich habe einen Engel gesehen. Gibt es so etwas, dass man Engel gesehen hat? Ich habe auch Engel gesehen. Und es ist nichts Besonderes dabei, weil der Heiland, als er Nathanael zum ersten Mal sah, Nathanael war kein Apostel, er war irgendein Engel. Und Jesus sagt ihm, du wirst Engel sehen, wie sie aufsteigen und ihnen unterkommen. Also kann man Engel sehen. Wenn Nathanael sie sehen konnte, kann ich sie auch sehen. Was meint er darunter, Engel zu sehen? Er erklärt, man könnte sagen, man kann allerlei Dinge sehen, die nicht existieren. Wenn man mich jetzt gewaltsam auf den Boden legt, mir den Mund öffnet und eine Flasche Brandwein in meinem Mund leert, fange ich auch an, allerlei Dinge zu sehen. Und wenn ich Drogen genommen habe, sehe ich auch allerlei Dinge. Es gibt Fantasien. Woher wissen wir, dass dieser Vanya Moiseev wirklich einen Engel gesehen hat? Weil er einen Engel beschreibt, wie kein Theologe jemals beschrieben hat. Er hat wirklich Engel gesehen. Und er sagt, Mutter, Engel sind durchsichtig. Und wenn man einen Engel vor sich hat, und hinter dem Engel steht ein anderer Mensch, und du durch den Engel zu diesem anderen Menschen schaust, auf einmal werden alle Menschen so schön. Ich schaue durch den Engel selbst zu meinen Folterern. Und sie schauen nicht mehr grimmig und böse aus. Ich sehe sie nicht, wie sie sind, sondern wie sie sein können. Apostel Paulus war ja auch ein Stasi-Offizier gewesen. Er hat auch Christen verhaftet und gefoltert und so weiter. Aber in ihm war die Möglichkeit ein Apostel zu werden. Und diese Möglichkeit gibt es im schlechtesten Menschen. Und wenn man durch alles bedecken, für alle Hoffnung, es ist schön, durch den Engel zu schauen. Jeder Mensch kann durch die Engel schauen. Aber wenn er durch die Engel schaut, sieht er den Engel nicht, weil der Engel durchsichtig ist. Aber er sieht die Menschen anders, als er sie vorher gesehen hat. Und du bist umgeben von einer Atmosphäre der Liebe. Es gab einige so schöne Szenen es wert war, jahrelang dort zu leiden, um solche Schönheiten zu sehen. Einige nahmen es auf sich, auf den Himalaya hinauf zu kraxen. Mit schwerer Mühe. Aber von dort aus hatten sie eine Sicht, wie es nirgends auf der Welt gibt. So ist es wert zu leiden, um die Schönheiten Gottes hier auf Erden zu sehen. Ich werde Ihnen nur ein Beispiel geben. Während dieser Jahre Gefängnis bin ich schwer krank geworden. Tuberkulose der ganzen Oberfläche beider Lungen, Rückbein, Rückerat Tuberkulose, Gedärme, Tuberkulose, dann Gelbsucht und Herzfehler und allerlei Dinge. Ich war so krank, dass man mich in eine besondere Zelle einsperrte. Es gab eine Zelle im Gefängnis der Gokner, reserviert nur für diejenigen, die am Sterben waren. Noch zwei, drei Tage, eine Woche zu leben, man brachte sie hin. Ich bin der Einzige, der in dieser Zelle mehr als zwei Jahre überlebt habe und sah zu meiner rechten und linken Leute sterben und dann kamen wieder andere und diese starben und ich habe überlebt. Und jetzt was ich in diesem das schönste, was ich in diesem Zimmer erlebt habe, ist das folgende. Ich war so krank, ich konnte mich nicht rühren. Wenn ich neben mir eine Tasse Wasser hatte, konnte ich nicht die Hand aufstrengen, um mir selbst das Wasser zu nehmen. Jemand anderer musste es zu meinen Lippen bringen. Und ungefähr in diesem Zustand waren alle in diesem Zimmer. Zu meiner Rechten hatte ich einen Pfarrer. Sein Name war Isku, ein gläubiger Mensch. Sein Gesicht strahlte. Er war so schön. Er hatte ein wunderbares Lächeln auf seinem Gesicht. Er wusste, was auf ihn wartet. Keine Sünde belastete ihn. Für alle meine Sünden ist Jesus gestorben. Alles ist vergeben. Und er sprach nur über Gott, über den Himmel, über die Engel. Er war froh. Er wusste, wohin er geht. Der war zu meiner Rechten. Sie werden sich wundern, zu erfahren, wer zu meiner Linken war. Zu meiner Linken war der Kommunist, der ihn zu Tode gefoltert hatte. Und den man auch zu Tode gefoltert hat. Die Kommunisten, man spricht Böses über sie, dass sie die Christen gehasst haben und die Juden gehasst haben. Ich bin Christ und Jude und musste im Gefängnis immer zweierlei Prügel bekommen. Eine Tracht Prügel, weil ich Jude bin und eine andere Tracht Prügel, weil ich Christ bin. Bis ich die Lehre gezogen habe. So sie schrien, alle Juden hinaus zu schlagen, ging ich nicht, ich bin ja ein Christ. Wenn sie schrien, alle Christen hinaus zu schlagen, ging ich auch nicht, ich bin ein Jude. So ich den Vorteil gehabt habe. Aber es waren nicht nur Christen und Juden im Gefängnis, es waren auch Kommunisten im kommunistischen Gefängnis. Die Kommunisten stritten sich miteinander, hatten Zank und ein Kommunist steckte in einem anderen Gefängnis unter verschiedenen Beschuldigungen und schlugen sie und folterten sie. Es war anders als in der DDR. Auch in der DDR war es schlimm. Aber in Rumänien und Russland und Rotchina war es viel viel schlimmer, man kann es nicht vergleichen. Und die Folter waren unaussprechlich. Und jetzt zu meiner Rechten war der gläubige Isku, der gefoltert gewesen war, im Sterben und zu meiner Linken war der Folterer, der ihn zu Tode gefoltert hatte und der selbst später gefoltert wurde. Der Folterer zu meiner Linken konnte nicht sterben. Während der Nacht rüttelte er mich auf und sagte bitte bitte ein Gebet für mich ich kann nicht sterben ich habe solche fürchterliche Dinge begangen. Und dann sah ich ein Wunder Gottes der sterbende Bruder Isku rief an zwei andere Gefangene zu sich und sich auf ihre Schultern stützend ging er langsam langsam an meinem Bett vorbei und setzte sich auf den Bettrand seines Fänkers seines Mörders er war dem Tode nahe und dieser Mensch hat ihn dazu gebracht dass er dem Tode nahe sein soll und setzte sich auf den Bett land seines Mörders und streichelte ihn am Kopf wann hast du das letzte Mal deine alte Mutter gestrichelt oder deine Großmutter wir streichen nicht einmal unsere Frau und Frauen die Männer streichen sondern es gibt es sehr sehr selten ich habe ein Wunder gesehen ein getöteter hat seinen Totschläger so schön und sanft auf den Kopf gestreichelt als ob er eine liebe Braut vor sich hätte und hat mit ihr so schön und hat mit dieser mit diesem er hat sie geliebt wie eine Braut er hat mit diesem so schön gesprochen sie waren jung sie haben sich nicht Rechenschaft gegeben was sie tun ich liebe sie vom ganzen Herzen ich habe ihnen vergeben und ich kann sie versichern dass alle Christen die sie geschlagen haben und die sie gefoltert haben die vielleicht gestorben sind die haben ihnen alle vergeben und alle lieben sie und wenn wir die wir nur Menschen sind zu einer solchen Liebe gelangt sind und wie viel mehr liebt sie Christus Christus ist die Liebe selbst wir können lieben und hassen Jesus kann nur lieben er liebt sie vom ganzen Herzen im Himmel haben mehr als sie vielleicht in den Himmel gehen wollen er will ihnen vergeben mehr als sie vergeben zu sein wünschen er sehnt sich nach ihnen bekehren sie sich nur bekennen sie ihre Sünden und der Himmel ist auch für sie offen der Himmel nimmt auch den größten Sünder an wenn er sich bekehrt und in dieser Zelle in welcher es nicht möglich war privat zu sprechen ich war das nächste Bett überhörte ich wie dieser Mörder dem Gemordeten alle seine Verbrechen erzählte dieser versicherte ihnen dass bei Jesus volle Vergebung existiert sie beteten zusammen sie umarmten einander in Rumänien wie in Russland ist die Gewohnheit dass Brüder einander den heiligen Kuss geben der ermordete unser Mörder haben sich gegenseitig Küsse gegeben und dann langsam langsam der gläubige Isku sich auf zwei andere Gefangene stützend ging zu seinem Bett zurück sie starben beide in derselben Nacht es war ein Weihnachtstag aber es war nicht ein Weihnachts Abend in dem gefeiert wurde dass vor 2000 Jahren irgendwo in Bethlehem ein Heiland geboren wurde der Heiland wurde an jenem Abend geboren im Herzen eines Verbrechers der zum Glauben gekommen ist und sich bekehrt hat solche Wunder haben wir erlebt es gibt etwas schönes im Leiden ich bin ein Mensch der sehr viel gelitten habe vom Kind auf ich habe als Kind sehr schwer gelitten dann als Jüngling ich will Ihnen das Ganze nicht erzählen in der faschistischen Zeit waren meine Frau und ich im Gefängnis fast unsere ganze Familie wurde getötet wir wissen was es bedeutet auch Kinder zu verlieren und dann kam die kommunistische Zeit da waren wir auch im Gefängnis Trübsal ist ein Freund der mich niemals verlassen hat ich habe auch jetzt meine Trübsal aber Trübsal muss mich nicht betrüben wenn man in Trübsal betrübt ist hat man zwei Trübsale den ersten Trübsal und den Trübsal dass man betrübt ist man kann Trübsal mit Freude und mit Glauben wirklich alle aber wirklich alle 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 Dinge auch die ersten Dinge arbeiten zusammen für das Gute derjenigen die Gott lieben wir haben dies erlebt wir haben gesehen wie solche extreme wie solche extreme Trübsal dazu gebracht haben dass der Himmel neue Bürger bekommen hat ich war in Rumänien vor kurzem dort gibt es einen Prediger der Name ist Demeter der war viele Jahre im Gefängnis und wie gesagt rumänisch kommunistisches Gefängnis kann nicht verglichen werden mit der DDR die war doch ein bisschen zivilisiert nicht sehr aber sie war doch ein bisschen zivilisiert bei uns gab es schreckliche Folter und unser Bruder Demeter der wurde mit einem Hammer auf seinen Rückgrat geschlagen wieder und wieder und irgendwie eine Wirbel getroffen als Resultat dessen paralysierten beide Arme und beide Füße er konnte nur noch den Kopf rühren das ist eine gewaltige Tragedie paralysiert zu sein Arme und Füße Arme und Beine ist ja fürchterlich selbst wenn du in einem Spital bist wo Krankenschwestern für dich sorgen können oder zu Hause wo eine alte Mutter oder eine Frau für dich sorgen kann aber in einem Gefängnis noch dazu in einem kommunistischen Gefängnis paralysiert zu sein wir hatten kein rinnendes Wasser um ihn zu waschen wir hatten keine Leintücher um ihn zu wechseln er lag dort in seinem Schmutz er konnte sich nicht bewegen er konnte nichts tun und so lag er jahrelang wurde er so geplagt im kommunistischen Gefängnis dann kam die Revolution in Rumänien vor drei Jahren er wurde frei jetzt war er im Haus seiner Familie es war doch besser aber immerhin noch weiter paralysiert an Armen und an Beinen und es klopft an seiner Tür jemand es kommt hinein der Wächter der kommunistische Unteroffizier der ihn mit einem Hammer auf den Rückleiter geschlagen hat und dieses Unglück geschaffen hat dieser war in der Tür und sagte Herr Demeter ich bin nicht gekommen von Ihnen Verzeihung zu verlangen weil ich weiß dass mein Verbrechen so groß ist dass es für mich keine Vergebung mehr gibt weder bei Gott noch bei Menschen sie sind auch nicht der einzige den ich mir dies angetan habe ich habe viele fürchterlich gefoltert es ist vergebens für mich hinaufzuschauen zu Gott Gott mag sehr gut sein aber durch eine verrückte Güte auch einen Menschen wie mich anzunehmen mir auch zu vergeben so etwas gibt es nicht ich ich wollte ihnen nur sagen dass das was ich getan habe schlecht war es tut mir leid und nachdem ich das gesagt habe gehe ich und erhänge mich das ist alles was ich ihnen zu sagen habe und unser Bruder Demeter der jetzt noch lebt unser Bruder Demeter hat ihm geantwortet lieber Herr es hat mir noch niemals so leid getan dass ich meine Arme nicht bewegen kann wie jetzt könnte ich sie bewegen würde ich sie umarmen und ihnen zeigen welche Gefühle ich für sie habe ich habe sie geliebt und habe jeden Tag für sie gebetet und wenn ich verzeihen kann kann Gott der Liebe noch mehr tun sie können ihre Arme bewegen bitte umarmen sie mich sind mein Bruder es kommen solche Dinge vor das Leid ist nicht nur Leid wir sehen immer nur eine Seite der Dinge bei Stunden der Psychologie in Schulen wird einmal manchmal dieser Versuch gemacht man zeigt 100 Studenten einen großen Bogen weißes Papier welches in der Mitte einen schwarzen Flecken hat einen schwarzen Punkt und man fragt die 100 Studenten man fragt die 100 Studenten was seht ihr in der Regel antworten von 190 wir sehen einen schwarzen Punkt neun sagen wir sehen ein weißes Stück Papier und nur einer sagt ich sehe ein großes weißes Stück Papier mit einem kleinen schwarzen Punkt wir sehen immer nur das Leid ist man krank ist jemand gestorben ist jemand der Liebe sehr krank hast du deinen Posten verloren hast du nicht das nötige Geld um deine Miete zu bezahlen oder ist in deiner Familie ein Skandal deine Frau ärgerlich oder dein Mann ist brutal oder deine Kinder rebellieren oder es gibt so viele Arten zu leiden und wenn ein Leid kommt wo kommt das Leid in ein Leben in welchem es Vergnügen gibt und auch Freude und auch Gutes aber dann fixieren wir unsere Augen nur auf das Leid was siehst du einen schwarzen Punkt aber wo ist Leid jetzt unterbreche ich das Gespräch mit Ihnen ich habe ein kurzes Wort mit dem Teufel also Hörer an Teufel umsonst machst du mich husten ich werde die Predigt nicht kürzen ich werde sie halten mit husten sodass alle deine Bemühungen meine Predigt zu kürzen werden nicht zu nützen hast du verstanden Teufel meinetwegen kannst du mich husten machen ich halte die Predigt bis zu einen man muss nicht immer auf die schwarzen Punkte schauen man kann auf das Schöne schauen und dieses Schöne gibt es nicht nur in kommunistischen Gefängnissen dieses Schöne gibt es auch in der freien Welt ich kenne einen Fall der hat nichts mit dem Subjekt meiner Predigt zu tun über wie es weitergeht und man denkt auch besonders über Kommunismus und andere Verfolgungen ich will etwas aus Amerika erzählen in Amerika eine Mädchen von 8 9 Jahren die war von einer sehr gläubigen Familie sie selbst war gläubig und sie hörte in ihrer Gemeinde immer Missionare kommen von weit weg die in Afrika gewesen waren in der Dschungel und den Ozeanen wo immer rückständige Stämme gibt es gibt Menschenfresser und sie hat alle das angehört und als Kind von 8 9 Jahren sagte sie wenn ich groß werde werde ich ein Missionar zu den Wilden ein Missionar zu den Menschenfresser ich werde mein Leben auf Christus und wieder und wieder als Kind gebetet ein solcher Missionar zu werden es vergingen die Jahre jetzt war sie 18 Jahre alt jetzt träumte sie nicht mehr davon Missionarin zu werden jetzt betete sie wie viele junge Mädchen Gott gib mir wirklich einen lieben guten Ehegatt einer der mich lieben soll und wir sollen ein schönes Heim zusammen haben und dieses Gebet wurde erfüllt sie hat eine solche Jüngling gefunden und sie beide hatten ein herrliches Leben sechs Wochen lang nach sechs Wochen wurde er in die Armee eingezogen es war während des letzten Weltkrieges er amerikanischer Soldat und hat drei Jahre lang in Frankreich gekämpft und in Japan gekämpft und überall wo zu kämpfen war nach drei Jahren wurde er schwer verwundet er kam in ein Spital war ein Jahr lang im Spital und als er nach vier Jahren zurückkam war er nicht mehr der gute liebe Christ den sie geheiratet hat auf der Front man trinkt und man flucht und man alle Dinge geschehen man läuft Frauen nach er war nicht mehr da er war in Trunkbold und sie war sehr unglücklich und und eines abends kommt er betrunken nach Hause und mit dem Fingerspitzengefühl welche Frauen haben sie wusste er kommt von einer anderen Frau und betrunken legte er sich auf ein Sofa und sie sofort eingeschlafen und sie unglücklich in sein anderes Zimmer gegangen hat gekniet und hat Gott gebetet Gott ändere doch meinen Mann und sie hörte die Stimme Gottes welche er antwortete warum soll ich deinen Mann ändern und nicht dich aber Gott bei mir ist ja nichts zu ändern ich gehöre dir an von früherer Kindheit und die Stimme Gottes wieder zwischen uns ist ein Missverständnis als du ein Kind warst habe ich dein Gebet gehörst du willst eine Missionarin zwischen den Wilden und den Kannibalen sein aber die Wilden und die Kannibalen sind irgendwo in der Dschungel Afrikas oder in den Ozeanien es kostet tausende über tausende vom Mark hinzufahren nicht zu sprechen von allen anderen Schwierigkeiten ich habe mir gedacht warum soll ich dieses liebe Mädchen nach Afrika schicken ich bringe dir besser einen Kannibalen einen Wilden in ihr Haus und dann kann sie Missionarin sein du wolltest Missionarin bei den Kannibalen sein du hast einen Kannibalen was brauchst du besser als dich dein Gebet ist erfüllt und jetzt betrachte deinen Mann deinen schlechten Mann nicht als eine Last als eine Bürde die du los werden willst es ist doch eine Berufung von Gott du hast ja gewollt eine schwere Berufung zu haben und doch zu siegen hier hast du den Kannibalen bring ihn doch zum Glauben sie hat dies verstanden sie ging ins andere Zimmer wo der Trunkbold noch immer schlief schaute ihn sich an verliebte sich wieder in ihn nicht mehr der liebe Mann sondern der Kannibale man kann auch einen Kannibalen lieben und sie widmete ihr ganzes Leben dem diesen Kannibalen wieder zum Glauben zu bringen sie hat ihn zum Glauben gebracht hier sind sie beide alt sie sind beide über 90 und er bringt ihr jeden Tag eine Blume aus Dankbarkeit weil sie ihn aus Kannibalen zum Christen gemacht hat Leid ist nicht ein Feind jeder will das das Leid loswerden Leid hat eine trübe Seite es hat aber auch eine sehr schöne Seite es ist eine Möglichkeit die Gott uns gibt Großes zu leisten und daher viele sind enttäuscht wenn sie mich sprechen hören ich predige in vielen Ländern aber viele sind enttäuscht die haben gehört jetzt werden wir lauschen auf einem der 14 Jahre im Gefängnis war was er wohl geschlagen wurde und gefolgt und daher so viele Szenen gesehen andere die gefoltert er kann so viel Leid erzählen jeder erwartet so etwas und dann stattdessen gebe ich ihnen eine gute Nachricht und sie sehen vor sich einen Menschen der lächelt und einen Menschen der warum soll ich traurig sein wenn ich fröhlich sein kann und warum soll ich nicht lächeln wenn ein Mensch lächelt gehen nur werden erfasst von diesem lächeln nur vier Muskeln des Gesichts wenn du grimmig bist und zornig 42 Muskeln kein Deutscher wäre so dumm 42 Mark zu bezahlen für etwas das man mit vier Mark kaufen kann lächeln ist billiger lächeln ist angenehm verspricht verschleudert nicht so viel wenn du lächelst und man kann durch tiefes Leid mit dem Lächeln der Liebe darüber hin weg gehen das ist was ich im Gefängnis gelernt habe und nicht nur im rumänischen Gefängnis ich habe Ihnen über Sudan erzählt jetzt arbeite in einer Organisation von der einige von Ihnen bereits gehört haben wahrscheinlich die Hilfsaktion Märtyrekkeche wir helfen Christen die verfolgt sind sei es unter Kommunismus es gibt noch jetzt Verfolgung unter Kommunismus einige denken der Kommunismus ist zu Ende jeder fünfte Mensch lebt in China wir sind fünf Milliarden Menschen auf der Welt eine Milliarde lebt in China man sagt es ist nicht gut mehr als fünf Kinder zu haben der sechste wird ein Chinesin jeder sechste Mensch ist ein Chinesin und Gott liebt die Chinesen hat so viele Chinesen gemacht aber die sind unter Kommunismus und dort haben wir Brüder und Schwestern die seit zehn Jahren im Gefängnis sind und in Vietnam wurden erst vor kurzem Christen zu Tode verurteilt und auch erschossen und danach mussten die Familien für die Kugel und für den selbst bezahlen die Kommunisten hatten wir unser schönes kommunistisches Geld vergeuden wir nicht auf Christen wenn sie Schlechtes getan haben und verurteilt werden müssen sie selbst alles bezahlen es gibt noch jetzt diese kommunistische Folgen es gibt die muslimische und wir sind eine Organisation die versuchen diesen verfolgten Christen zu helfen wir schmuggeln ein zu ihnen wo es schwer ist anders Bibeln und andere christliche Bücher wir haben sogar Druckmaschinen eingeschmuggelt man fragt mich wir verstehen dass man Bibeln einschmuggelt aber wie kann man eine Druckmaschine einschmuggeln was für ein Schmuggler wäre ich wenn ich in einer öffentlichen Versammlung sagen würde wie man eine Maschine einschmuggelt aber Maschinen werden auch eingeschmuggelt und wir wir haben wir haben in China Druckmaschinen nicht nur dass man einführt Literatur Literatur wird dort gedrückt und auch in muslimischen Ländern mit starkem Terror wird gedrückt ich war selbst in diesen Druckereien wir helfen diesen verfolgten Christen und wir helfen auch den Familien Gefangenen und der Getöteten unser Mitarbeiter in Burma Bruder Wei Fu wurde vor kurzem mit dem Kopf nach unten aufgehängt bis er gestorben ist in Iran wurden Christen nackt ausgezogen und im Schnee begraben bis sie dort erfroren und es bleiben Familien zurück im Maße in welchem es möglich ist versuchen wir diesen Familien zu helfen aber wir haben nicht nur eine Botschaft dass wir erzählen dort ist Leiden und dort ist Leid jeder hat sein eigenes Leid und braucht wirklich nicht dass er einen Abend damit verbringen soll über das Leid anderer zu hören wir haben eine frohe Botschaft dass das Leid überwunden werden kann dass man im Leid Gott dienen kann und selbst vollkommene Freude haben soll ich will Ihnen über noch eine erzählen nicht aus meinem Land ich kannte den Bruder Johannes Hueding das ist ein Chineser ich habe seine Bekanntschaft gemacht der hatte 24 Jahre Gefängnis hinter sich chinesisches Gefängnis es gab DDR Gefängnis das war schlimm rumänisches Gefängnis war etwas ganz anderes chinesisches Gefängnis also chinesische Folter das ist etwas wieder etwas ganz anderes und er hatte 24 Jahre solchen Gefängnisses hinter sich und jetzt er war jetzt frei und wir hatten eine kleine Versammlung und er war dort und erzählte sein Gefängnisleben aber sein Gesicht war so schön jetzt war er ungefähr 70 Jahre alt aber so ein schönes reines Gesicht und ein solch herrliches Lächeln ihr werdet vielleicht über mich lachen aber als ich auf ihn schaute wisse welcher Gedanke mir gekommen ist ich sagte mir wäre ich ein Mädchen ich würde mich in diesen Menschen verlieben so schön war er so schön war er nach 24 Jahren Gefängnis und dann erzählte er uns wie man ihn und andere wochenlang mit den Händen am Rücken gebunden gehalten hat das wurde auch in Rumänien praktiziert also mit den Händen am Rücken tagelang und wochenlang wisst ihr was dies für ein Erfolg ist es jünglich du kannst dich nicht kratzen so oft ich predige sehe ich jemanden dass er sich kratzt und ich frage mich hat dieser Mensch je ein Dankgebet zu Gott gesagt Gott ich danke dir dass ich mich kratzen kann nicht jeder Mensch aus der Welt kann sich kratzen wir haben Brüder und Schwestern die dieses nicht haben die Freude sich kratzen zu können er konnte sich nicht kratzen die Nase kann sich nicht abwischen man gibt dir Essen aber du hast keine freie Hand um einen Löffel zu gebrochen man wird das Essen auf dem Fußboden und wenn Hund muss es essen ohne eine Hand zu gebrochen und dann gibt es auch andere Bedürfnisse des menschlichen Lebens im menschlichen Körper deine Hand wird nicht aufgewogen und das war für die Kommunisten nicht genug sie gossen auf den Kopf der Gefangenen Kübel mit menschlichem Schmutz und mit menschlicher Urine ein Kübel nach dem anderen und dieser Schmutz rohlen herunter auf ihre Gesichter und fürchterlich ist was er erzählt und einige Zeit habe ich zugehört und dann fragte ich dann aber lieber Bruder wie konnten Sie solche Dinge ertragen und anstatt in menschlicher Sprache zu antworten anstatt zu sprechen gab er eine Antwort im Gesang er fing an zu singen und zwar sang er Bibelversen er sang aus dem zweiten Korintherbrief 4 Vers 17 ja 4 Vers 17 die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit die kleine Last wochenlang mit den Händen am Rücken gebunden Kübel mit Schmutz und mit Urine auf den Kopf gegossen eine kleine Last eine kleine Last und eine kleine Last unsere gegenwärtige Not es war nicht eine gegenwärtige Not es war eine Not die 24 Jahre gedauert hat eine kleine Last wenn man sehr liebt es ist eine kleine Last es ist eine kleine Last wenn ich einen 20 Mark Schein verlieren würde und ihn nicht finden im Haus ich würde das ganze Haus umwälzen um die 20 Mark zu finden aber wenn irgendein Millionär 20 Mark verliert er hat genug und wir haben ewiges Leben und ewige Freude das sind schon 24 Jahre für uns wir können das ertragen weil wir wissen wir haben eine Aufgabe im Leben im Leid Großes zu tun Jesus hat gelitten am Kreuz aber selbst am Kreuz er hatte etwas zu tun hier neben mir ist ein Räuber den kann ich zum Himmel bringen und dort ist meine alte heilige Mutter der will ich doch auch einen Trost geben und dann sagt ihr ein schönes Wort und dann will ich allen ein Zeugnis geben dass man Gott vertrauen kann auch im größten Leid Vater in deine Hände vertraue ich meinem Geist und jedes Leid ist nur eine neue Gelegenheit die Gott uns gibt um neue Schönheit der Seele zu bekommen um Jesus ähnlicher zu werden und vorzubereiten für eine Ewigkeit in solcher Schönheit ich kenne die Schönheit des Himmels liebe Brüder und Schwestern ich kenne sie persönlich nicht aus der Bibel und nicht vom Predigen ich kenne die Schönheit des Himmels weil ich im Himmel war und nicht nur ich sondern viele der gläubigen Brüder waren im Himmel äußerlich waren wir in einem Gefängnis aber es war manchmal so schön wenn man an Jesus dachte und wusste ich denke nicht an jemanden der weit entfernt ist Jesus sagte ich werde mit euch sein alle Tage und Jesus ist ein Gentleman einer wenn er ein Versprechen gegeben hat und er sagte ich werde mit euch sein alle Tage nicht nur in einem netten Heim nicht nur in einer christlichen Versammlung oder einer Kirche ich werde mit euch sein auch im Elend auch im Schmutz auch im Gefängnis und er war jeden Tag und jede Nacht mit uns zusammen im Gefängnis er lieb mit uns er tröstete auch uns und wenn wir wir konnten es nicht immer erfassen unser Herz kann es nicht immer fühlen aber in den Momenten wo wir sein Dasein fühlten dann glänzten die grauen Wände der Gefängniszelle wie Diamanten eine solche Glut von Liebe Feuerflammen der Liebe brannten in dieser Zelle und wenn wir nicht gesungen hätten ja nicht gesprungen werden vor Freude hätten wir das alles nicht ertragen können ich werde euch auch die deutschen Uhren gehen nicht gut sie gehen viel zu schnell ich will Ihnen nur noch eines ich hatte es mir nicht vorgenommen euch gerade dieses zu erzählen aber jetzt ist mir eingefallen wenn man ein junger Pfarrer ist dann bereitet man sich eine ordentliche Predigt vor wenn man 84 geworden ist und seit 55 Jahren bereits predigt braucht man nicht lange vorbereiten man spricht ganz aus dem Herzen was gekommen ist hören Sie ich war nur das Aufschlagen in der Bibel fällt mir schwer weil meine Hände ein bisschen zittern aber es wird schon gehen einen Moment einen Moment die ersten Jahre im Gefängnis wurde ich in Einzelzelle gehalten nicht nur ich auch andere wurden in Einzelzelle gehalten es gab fürchterlichen Hunger wir hatten eine Zeit im rumänischen Gefängnis in welchem wir einen Schnitt Brot pro Woche bekamen Sonst vielleicht sind einige von Ihnen aus Siebenbürgen wissen was Mammaliga ist dass irgendetwas gekochtes wie sagt man das Mais mit gekochten Mais Brot bekamen wir einmal in der Woche ein Schnitt Brot Sonst hatten wir Suppe von Kartoffelschalen oder von Eingeweiden die nicht gewaschen wurden bevor Kraut mit Eingeweiden und allerlei solche Sachen wir waren sehr hungrig und es gab Folter und es war sehr schwer und wir waren in Einzelzellen wir hatten natürlich keine Bibel ich habe 14 Jahre lang kein gedrucktes Blatt gesehen wir hatten keine Bücher wir hatten kein Papier nichts aber ich las ich war alleine in meiner Zelle ich lag auf meinem Bett und ich las aus der Bibel wie hast du aus der Bibel gelesen wenn du keine Bibel hattest man muss nicht eine Bibel haben um aus der Bibel zu lesen ich kannte einen großen Teil der Bibel auswendig nicht die ganze Bibel aber ich kannte viel von hier auswendig und ich lag auf meinem Bett und gerade las ich aus dem Gedächtnis Lukas Kapitel 6 dort steht geschrieben der Herr hat gesagt selig seid nicht unglücklich selig seid wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohnes willen freut euch freut euch und also ich sagte mir natürlich ich habe mich ja gefreut also dies dass ihr mich erfüllt wir werden beleidigt und geschlagen ich kann mich freuen ich konnte mich freuen ich war zufrieden aber hier steht geschrieben freut euch und wir müssen noch etwas springt vor Freude steht und da sage ich ich bin schuldig Jesus hat gesagt wir sollen uns freuen und springen vor Freude ich habe mich nur gefreut aber ich bin nicht gesprungen dann bin ich aufgestanden habe angefangen zu springen und zu tanzen in der Zelle und jetzt die Tür jeder Zelle hat ein Guckloch durch welcher die Werther hineinschauen und sie sahen mich herumtanzen in der Zelle dann waren sie sicher dass ich verrückt geworden bin wer tanzt schon in einer kommunistischen Gefängniszelle und sie hatten den Befehl sehr schön diejenigen die verrückt werden zu behandeln es wurden viele verrückt aber damit sie die Ruhe des Gefängnisses nicht stören durch Klopfen auf die Zellentür oder durch Schreien waren sie immer sehr sanft gegenüber dem Verrückten eröffnete die Tür meiner Zelle seien Sie nur ruhig ich werde Ihnen etwas sehr Gutes bringen Sie werden sehen alles wird gut sein bitte sitzen Sie ich bringe Ihnen und nach ein paar Minuten kam er mit einem ganzen Leib Brot das war meine Portion Brot für sechs Wochen ein Stück Käse ich hatte vergessen dass es Käse gibt in dieser Welt jetzt hatte ich Käse und dann noch ein leckeres bisschen hat er mir gebracht zwei Stücke Zucker Deutsche wissen gewöhnlich dass das Zucker süß ist woher wisst ihr dass Zucker süß ist weil er in den Mund steckt das ist falsch Zucker muss man zuerst bewundern er so weiß und glitternd es ist eine Freude Zucker anzuschauen und ich habe mir das vor mir gesetzt ich habe mir gesagt ich werde noch nicht essen ich werde mich freuen daran dass ich diese Dinge habe habe mich wieder ausgestreckt ja wo wo bin ich geblieben ich will diesen Kapitel zu Ende die mich erinnern ja wenn ihr gehasst werdet wenn ihr verfolgt werdet wenn man euch schlägt und so weiter dann sollt ihr euch freuen das habe ich getan ihr sollt springen von Freunden das habe ich getan denn kommt weiter denn groß wird eure Belohnung sein im Himmel aber ich hatte die Belohnung nicht im Himmel zu erwarten ich hatte die Belohnung bereits vor mir Teufel hast du noch immer nicht aufgegeben mich zum Husten zu bringen es wird dir nicht gelingen meine Predigt zu kürzen ich habe etwas zu sagen meine Erfahrung in diesen Gefängnisjahren und die Erfahrung meiner Frau die haben sie übrigens in Büchern fixiert sie werden am Ausgang meine Bücher und auch die Bücher meiner Frau und anderer die in kommunistischen Gefängnissen waren meine Erfahrung ist dass der Glaube dich in Verbindung mit Jesus Christus bringt und er bleibt der Sieger man muss in Trübsal nicht Trübsal blasen man kann sich trotz des Trübsals freuen und trotz des Trübsals stark bleiben durch das Trübsal gestärkt werden wenn es rings um dich hoffnungslos scheint wie es ja für einige besonders für Ostdeutschen scheint es so das Leben wir hatten ja erhofft dass etwas ganz anderes kommt und jetzt ist es in vielen Beziehungen vielleicht schlimmer als es früher war wem ist es schlimm dem Körper den wir nur für eine kurze Zeit haben aber der Geist kann durch diese Schwierigkeiten gestärkt werden und nichts kann mich verhindern Gott zu dienen und meinen Mitmenschen zu dienen und meine Aufgabe zu erfüllen in dieser traurigen Welt in der Welt so vielen Unglückes und Leidens das Lächeln des Himmels zu bringen Leute sollen auf dich schauen und sollen an deinem Gesichtsausdruck sehen du vertrittst einen Gott der Freude und der Liebe und des Guten das ist was ich euch zu sagen habe ein praktisches Wort hinzu ich habe euch erzählt über wir haben diese Aktion Hilfsaktion Märtyrerkirche ihr findet auch gratis Literatur hinten ich sage euch dass wir viele Bücher haben die sie heute Abend nehmen können nehmt mir nicht übel wenn ich sie etwas frage im Alter von 84 Jahren hat ein Prediger bestimmte Rechte welcher ein jüngerer Prediger nicht hat darf ich sie als 84 jähriger Mensch etwas fragen unser Bruder Meschkala starb im kommunistischen Gefängnis nach 43 Jahren er war 84 Jahre alt als er gestorben ist nach dem Alter von 70 schmerzt immer etwas der Rücken schmerzt die Beine schmerzt er muss ein Sklavenarbeiter sein im Alter von 84 Jahren und ist lang gestorben er war 43 Jahre im Gefängnis ihr seid Gläubige wollen sie bitte die Hände erheben alle diejenigen die für Meschkala gebetet haben ich sehe keine einzige und wenn du nicht für einen Bruder betest der 43 Jahre lang im Gefängnis ist vielleicht hat ihn das Kreuz gebrochen die Last des Kreuzes ist etwas zu schwer das kommt auch vor die Last des Kreuzes ist zu schwer wenn du für diesen nicht betest für wen in der Welt betest du du hast eine Entschuldigung du wusstest nicht über ihn aber du kannst wissen wir veröffentlichen in jedem Monat die Bilder der Gefangene ihre Geschichten ihre Adressen und so weiter alles was man über sie wissen muss und ihr werdet in einer intelligenten Weise für sie beten können mit ihnen mitleiden aber nicht nur mitleiden sondern sich auch mitfreuen wir erzählen nicht nur über die schwarzen Punkte wir erzählen auch über das schöne weiße Blatt über die Gemeinschaft mit Jesus und mit seinen Engeln und mit den Heiligen auch unter den schwersten Umständen es wird wenn sie am Tisch mit den Büchern bei meiner Frau ist einen Zettel hinterlassen mit ihrer Adresse bekommen sie unentgeltlich jeden Monat eine solche Zeitschrift von uns die Zeitschrift heißt der Kurier und sie werden informiert seit ebenso über die Bücher und jetzt ein letztes Wort nachdem ich gesprochen habe wird wie gewöhnlich eine Kollekte genommen in der Bibel steht geschrieben Gott liebt einen freudigen Geber das ist Gott unsere Organisation liebt auch unfreudige Geber wir haben Druckmaschinen einzuschmuggeln Druckmaschinen kosten sehr viel wir haben Bibeln einzuschmuggeln andere christliche Bücher und wir haben noch etwas zu tun wie viel Mal haben sie heute gegessen noch diese kleinen Dinge einen Imbiss wie viel Mal haben sie genommen wie viel Mal denken sie haben die Mütter und die Kinder und die Frauen unsere Gefangenen heute gegessen es gibt heute niemand weiß wie viele Gefangenen in Sudan sagt man dass Zehner Tausende bereits gestorben sind sie haben die moslemische Regierung dort sie haben aber eine starke christliche Minderheit sie haben dieses ganze Gebiet der christlichen Minderheit im Süden des Landes umzingelt und keine Lebensmittel hineingelassen haben das Wasser kann nicht mehr kommen sie haben die Röhren irgendwie abgeschnitten sie bekommen kein Wasser man hat ihnen gesagt ihr könnt für die Kinder sind auch da und die Alten ihr bekommt Essen und Trinken wenn ihr euch vom Glauben los sagt viele haben sich nicht los gesagt und viele sind bereits gestorben ich habe ich habe sudanesischen Brüder vor drei vier Tagen war ich mit ihnen zusammen und was für ein Leid die dort erzählt wir haben das sogenannte Scharia Gesetz das moslemische Gesetz wenn jemand etwas falsches getan etwas sündiges getan hat sündig gegenüber dem moslemischen Gesetz wird mit der rechten Hand amputiert einem Kind von acht Jahren das in solchen Ungarn gehalten wurde hat ein Stück Brot gestohlen und hat diesem Kind einem Kind von acht Jahren vielleicht nicht nur eines ich weiß über eines hat man verurteilt die rechte Hand abgehackt er will sein ganzes Leben lang ein Bett lassen solche Dinge kommen vor und diesen Familien versuchen wir zu helfen wir helfen in Sudan wie viel es geht und wir helfen in Burma wo verfolgend ist wir helfen in Rotchina dort haben wir auch Druckereien geschaffen wir helfen in moslemischen Ländern in kommunistischen Ländern wie viel wir können und es ist sehr schwer zu helfen diejenigen die helfen setzen auch ihr Leben aufs Spiel oder werden verhaftet und sie können da mithelfen ich hoffe sie werden es tun und werden ihr Bestes tun aber diese verfolgte Kirche in der Namen ich spreche kann für uns viel mehr tun als wir für sie wir können ein paar Pfennige ein paar Mark oder tausende vom Rax geben aber sie geben ihr Blut sie geben ihre Freiheit sie geben ihr Leben und geben noch etwas ein Beispiel dass man im schwersten Leid singen kann dass man sich im schwersten Leid freuen kann ich habe euch über das Leid unter dem Kommunismus und Islam erzählt ihr habt hier in Deutschland genug Leid im Alter von 84 Jahren habe ich so viel Lebenserfahrung gesammelt ich weiß wo immer ein paar hundert Leute versammelt sind wie jetzt in dieser Kirche sind ein paar hundert Art von Leiden versammelt jeder hatte Leid in der Familie jeder hat viel viel Leid und aber man kann über das Leid ein Sieger sein ein Sieger und diese Brüder geben uns ein Beispiel dass man Sieger sein kann ich beende indem ich Ihnen nur etwas vielleicht sehr Erfreuliches erzähle ich predigte in Amerika in der Stadt Dallas über diese Freude über den Sieg über das Leid und es kam ein Herr zu mir und sagte Bruder ich war fest entschlossen jetzt ist der Sonntag morgen wollte ich gehen und von meiner Frau scheiden sie war für mich unaussteig meine Frau war unaussteig sie war eine solche Frau sie sprach und sprach und sprach und sprach Tag und Nacht und immer zitterte sie gegen mich und ich konnte nicht aushalten und ich wollte von ihr scheiden und jetzt habe ich sie gehört wie man das alles besiegen kann und das Leid als eine Aufgabe nehmen muss ich scheide nicht ich werde ein Missionar ein Missionar zu Frauen die einem das Leben sauer machen persönlich glaube ich nicht dass es sehr oft vorkommt dass eine Frau dem Mann das Leben sauer macht gewöhnlich ist es anders dass die Männer den Frauen das Leben sauer machen ich habe eine sehr gute Frau ich sehe alle so wie meine Frau aber ich habe sehr schönes erlebt in meinem christlichen Leben in Nazigefängnissen in kommunistischen Gefängnissen man kann ein Sieger sein und du kannst der Menschheit helfen mit einem schönen Lächeln das nicht aus den Umständen des Lebens kommt sondern von oben ich kenne die Welt Gottes und die Welt der Engel ich bin dem Bruder Matuti sehr dankbar dass er mich hier eingeladen hat ich bin sehr dankbar dass ich mit deutschen Brüdern zusammen bin wir haben mit den Deutschen viele Salüten zusammen leiden aber auch große Freuden mit ihnen gehabt ich bin ihnen noch dankbar dass die deutschen Brüder mir den Weg gezeigt haben und dem Teufel ist es nicht gelungen mich durch Husten zum Schweigen zu bringen das ist auch ein Sieg Gott segne euch alle wie geht es weiter mit Halleluja geht es weiter mit Zeichen geht es wenn es sehr schwer ist singen sie Halleluja und wenn es sehr sehr schwer ist meine Brüder in Gefängnissen gebrauchen Ketten als Musik Begleitmusik zu zu singen sie können auch anfangen zu singen ich bin arbeitslos klingt lang klingt lang aber arbeitslos nur in dem Sinne ich habe keinen Posten in einer Fabrik oder in einem Geschäft ich habe aber Arbeit für den Herrn klingt lang klingt lang aber ich habe bekommen nur sehr wenig Geld ich habe nicht so viel zu essen du hast mehr zu essen als deine Brüder in Gefängnissen in kommunistischen moslemischen Gefängnissen und sie singen dort klingt lang und verkünden das Evangelium sowohl den Folterern als auch den Mitgefangenen klingt lang klingt lang und ich habe einen schlechten Mann klingt lang klingt lang und ich habe eine Frau die mir leid tut und ich habe ein Kind das gegen mich rebelliert und ich habe einen brutalen Vater klingt lang klingt lang ich habe einen Gott und ich habe einen auferstandenen Erlöser und ich habe Engel zu mir ich habe den Heiligen Geist klingt lang klingt lang man soll die Freude Gottes auf ihren Gesichtern in ihren Gestern und in ihren Worten sehen das ist ein Geschenk das ihr von Gott bekommen könnt durch das Beispiel unserer verfolgten Brüder und Schwestern vom ganzen Herzen wünsche ich euch dass Gott sie segnen soll Amen Applaus 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 Jesus Teufel bist reingefahren lass mich nicht verhindern bist du reingefahren z Fort ein 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 Vielen Dank.